Fitness mit Marc Folge 297 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Seine Flachwitze werden von Tag zu Tag besser. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleibend Fitnesscoach von Marathonfitness.de Was glaubst du, was ist die am meisten trainierte Kraftübung der Welt? Meine These ist, es ist der gute alte Liegestütz. Und darum geht es in der heutigen Folge. Du erfährst, wie du Liegestütze richtig trainierst. Und lass uns mit einer Geschichte beginnen. Es ist die Geschichte von einem Jungen im Teenager-Alter und wie er den Liegestütz entdeckt. Die spielt in den 1990ern. Und dieser Junge fühlt sich viel zu erwachsen, um noch mit He-Man-Figuren zu spielen. Stattdessen zerlegt er die starken Helden lieber mit dem Luftgewehr. Aber das stellt sich als schwieriger heraus, als er dachte, denn Mr. He-Man besitzt Brustmuskeln aus Stahl. Woher hat He-Man so eine breite Brust? fragt der Junge sich. Und die einzige Antwort, die ihm einfällt und glasklar erscheint, ist folgende. He-Man muss eine unglaubliche Anzahl an Liegestützen absolviert haben, denkt er sich. Und das ist der Tag, an dem er selbst mit dem Training beginnt. Liebst du Bücher? Und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wäre es, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist? Auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen. Ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de fmm wie Fitness mit Marc und dann Buch.de Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Ja, meine These ist, dass Liegestütze die meist trainierte Kraftübung da draußen ist. Und falls ich mich irre, dann gehört sie zumindest zu den allermeist trainierten Kraftübungen. Auf jeden Fall sind Liegestütze eine universelle Übung, die du überall durchführen kannst, die gleichzeitig auch sehr effektiv ist. Liegestütze gibt es in unzähligen Varianten und jawohl, sie gehören ganz exklusiv in die Top 3 meiner Lieblingsübungen. Noch vor der Kniebeuge übrigens. Und wenn du den Liegestütz richtig ausführst, dann ist es eine großartige Muskelaufbauübung. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren hatte ich Probleme mit der Schulter und konnte kein Bankdrücken trainieren im Fitnessstudio. Sonderbarerweise gingen Liegestütze. Das war damals die einzige Brustübung, die ich überhaupt trainieren konnte. Also habe ich Liegestütze gemacht, anstelle aller anderen Brustübungen. Und ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, drei Monate gebraucht, bis die Schulter wieder voll belastbar war, bis ich wieder Bankdrücken machen konnte und all diese Übungen. Und ich habe festgestellt, es ist mir tatsächlich gelungen, mein Kraftniveau mit Liegestützen zu halten und sogar noch zu verbessern. Liegestütze sind also eine universelle Übung. Es ist eine Übung, die du zu Hause durchführen kannst, die du überall durchführen kannst und für die du fast keinen Platz brauchst. Wichtig beim Liegestütz natürlich, wie bei jeder Übung, du darfst die sauber durchführen und dann führt sie dich zum Ziel. Sie kann dir helfen, Muskeln aufzubauen. Du baust auch Rumpfstabilität auf und je nach Zielsetzung eignet sie sich eben auch dazu, deine Körperhaltung zu verbessern, Rückenprobleme ein für alle Mal zu eliminieren oder die Kraftausdauer zu steigern. Was sind eigentlich Liegestütze? Was sagt man eigentlich? Sagt man der Liegestütz oder sagt man die Liegestütze? Beides hört man und manchmal scheint es gar nicht so einfach und vielleicht ist es auch gar nicht so richtig, aber es ist zumindest interessant. Beides ist richtig, je nachdem, was du meinst. Der Liegestütz ist die Einzahl und die Liegestütze ist die Mehrzahl. Es gibt also nicht eine Liegestütze, das wäre inkorrekt und genauso wenig sagt man mehrere Liegestützen. Alles klar? Die Bezeichnung der Liegestütz, wenn wir das ganz genau sehen, dann erfasst diese Bezeichnung der Liegestütz nur einen Teilaspekt der ganzen Übung, nämlich den statischen Zustand, bevor du deinen Oberkörper absenkst. Und deinen Oberkörper senkst du natürlich ab, indem du deine Arme anwinkelst. Der Liegestütz ist also die obere Position, wenn du Liegestütze trainierst. Und ich bin ja ein Freund der deutschen Sprache und bei dieser Übung muss ich sagen, der englische Begriff, also Push-Up, trifft die Dynamik dieser Übung, finde ich viel besser, denn hier geht es ja darum, dass wir unseren Körper hochdrücken. Das Hochdrücken ist die eigentliche Übung. Okay, dann lass uns mal über die Übung reden. Welche Muskeln trainieren richtig ausgeführte Liegestütze? Nun, wenn ich nur drei einzelne Übungen mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann wäre es ja der Liegestütz. Und dazu würde ich noch packen Kniebeugen und Klimmzüge. Denn das Schöne ist, dass alle diese drei Übungen deinen gesamten Körper trainieren und den auch schön homogen trainieren, sodass du wirklich mit drei Übungen eine schöne athletische Figur aufbauen kannst. Ja, welche Muskelgruppen trainierst du mit dem Liegestütz? Das sind hauptsächlich die Brustmuskulatur, also der Pektoralis Major, die Armmuskulatur, vor allen Dingen die hintere Seite, also die Trizepsbrachii und dann die Schultermuskulatur. Hier vor allen Dingen der vordere Teil der Schulter, das ist der Deltoideus. Und, das ist nicht alles, auch 200 weitere Muskeln sind an dieser Übung beteiligt, denn du kannst dir ja denken, ohne eine angespannte Rumpfmuskulatur wirst du keinen Liegestütz hinbekommen. Wir werden auch gleich sehen, dass die Po-Muskulatur auch aktiviert ist und, und das ist übrigens auch beim Bankdrücken der Fall, du trainierst auch deinen Latissimus. Also auch der Rücken ist sekundär involviert. Aber die drei Hauptmuskelgruppen, die du trainierst, sind die Brustmuskeln, die Rückseite der Arme und eben die Vorderseite der Schulter. Okay, damit haben wir die wesentlichen Grundlagen, das Wissen, mal abgehakt. Lass uns mal ins Training gehen. Wie trainierst du richtige Liegestütze? Liegestütze gibt es in vielen Varianten, in vielen verschiedenen Schwierigkeitsgraden, von kinderleicht bis super heavy. Wenn du explizit in diesem Workout nur Liegestütze trainieren willst, dann bekommst du von mir mal einen Beispiel-Trainingsplan, mit und lass uns danach mal verschiedene Varianten dieser Übung durchgehen, mit denen du diesen Plan dann befüllen kannst. Okay, gut, dann starten wir mal mit einem Beispiel-Trainingsplan. Und der ist kurz und knackig, 10 Minuten reichen dafür. Das heißt, eine Trainingseinheit Liegestütze dauert 10 Minuten und du machst folgendes, 50 Wiederholungen in Summe zwischen den einzelnen Trainingssätzen 90 Sekunden Pause und in Summe brauchst du eben 10 Minuten. Dein Ziel ist es, 50 Liegestütze zu machen. Die musst du nicht am Stück schaffen und anfangen tust du mit der Schwierigkeitsvariante, die für dich geeignet ist. Wenn du keine weitere Wiederholung schaffst, dann ist der Trainingssatz zu Ende. Du versuchst also in jedem Trainingssatz so viele Wiederholungen zu schaffen, wie du eben schaffen kannst mit sauberer Technik. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und danach pausierst du und zwar für 90 Sekunden. Und dann geht es erneut los, wieder bis zur Erschöpfung. Wenn du die 50 voll hast, dann sage ich dir, gut gemacht, high five, dann bist du für heute durch. Dieses Workout kannst du durchaus täglich machen. Mindestens solltest du es dreimal pro Woche machen. Das sind also dreimal 10 Minuten pro Woche, 30 Minuten. Komm, die Zeit hat jeder. Es gibt also keine Ausreden. Als Einsteiger empfehle ich dir, fang mit der leichtesten Übung an und dann tastest du dich einfach peu à peu vor zu den harten Profi-Varioren. Also kannst ja mal gucken, bis zu welcher Übung du kommst. Okay, Trainingsplan ist simpel. Es ist so simpel, dass wir das hier sogar im Podcast besprechen können. Lass uns jetzt mit den Liegestütz-Varianten starten. Es sind insgesamt fünf Varianten, die ich dir hier vorstellen möchte. Es gibt viele weitere Varianten. Hier sind fünf einfache und wir fangen mit dem Basis-Liegestütz an, dem klassischen Liegestütz. Ich weiß, diese Übung, die kennst du garantiert. Du kannst sie überall mit hinnehmen. Du kannst sie auch im Schneeanzug in den Alpen machen oder im Raumanzug auf dem Mond. Das soll ja in ein paar Jahren auch mal möglich sein, da als Touri hinzufliegen, wenn man viel Geld hat. Also, den Liegestütz kannst du überall machen. Und für alle, die sich gerne eine Ausrede gewünscht haben, um ihr Training ausfallen zu lassen. Die haben wir jetzt sowieso verloren, denn der Liegestütz, der zerstört jede Ausrede. Wie führst du den Liegestütz sauber durch? Ich gehe das hier einmal für den klassischen Liegestütz mit dir durch und diese Ausführung, die gilt auch für die übrigen Varianten. Also, dein Körper bildet eine gerade Linie. Und hier ist es wirklich eine gute Idee, wenn du dir Feedback holst von außen. Also, wenn du dir zum Beispiel einen Freund oder einen Trainingspartner zur Hand nimmst und den bittest, dass er sich deine Technik einmal angucken soll und dich korrigiert. Du kannst auch, wenn du alleine trainierst, einfach dein Smartphone nutzen und dich abfilmen. Ziel ist es also, dass du siehst, ob deine Körperhaltung gerade ist. Und jetzt hältst du die Körperspannung. Und zwar während der gesamten Übung, bis du den Trainingssatz abbrichtst. Das heißt, die Arme sind unter Spannung, der Brustkorb ist unter Spannung, der Bauch wird zu Stein, die Schultern sind angespannt, die Beine, der Rücken, der Po. Alles ist maximal angespannt und dann führst du langsame und kontrollierte Wiederholungen durch. Die sind besser und sie sind auch effektiver als schnelle, kurze und damit oft auch unsaubere Wiederholungen. Ich lasse mir pro Wiederholung mindestens drei bis fünf Sekunden Zeit. So ein Trick bei der Durchführung ist auch nochmal, dass du die Schulterblätter runterziehst Richtung Gesäß und zusammenziehst. Dadurch schützt du deine Schultern. Gleichzeitig sind auch die Schultern angespannt und die Ellenbogen bewegst du eher in Richtung Körper. Also du willst, wenn man von oben auf dich rauf guckt, nicht diese T-Form haben, sondern eher in Richtung I gehen oder zumindest die Ellenbogen in Richtung deines Rumpfes bringen. Das ist der klassische Liegestütz. Hier gibt es auch noch ein paar Varianten, die man machen kann auf dem Boden. Zum Beispiel den sogenannten Diamant-Liegestütz. Beim klassischen Liegestütz befinden sich die Hände so auf Schulterbreite, vielleicht ein bisschen breiter. Beim Diamant-Liegestütz bewegst du die Hände zueinander und zwar so, dass du zwischen dem Daumen und Zeigefinger der beiden Hände ein Dreieck bildest. Und du wirst sehen, wenn du den Diamant-Liegestütz trainierst, dann stärkst du damit noch mehr deinen Trizeps. Der Trizeps ist dann noch mehr gefordert. Das ist eine schöne Armübung gegen Winke und Pommesarme. Dann kannst du natürlich auch in die andere Richtung gehen, also breiter greifen als schulterbreit. Hiermit stärkst du mehr deine Brust und deine Schultern. Und für diejenigen von uns, für die das kalter Kaffee ist, die können das Ganze auch gut kombinieren. Und zwar, indem sie zum Beispiel erst mal zehn Diamant-Liegestütze machen, dann zehn mit normaler Stützweite und dann zehn breite Liegestütze. Damit erwischst du dann alle Muskelgruppen, die du so mit dem Liegestütz trainierst. Ja, was ist, wenn diese klassische Ausführung für dich noch zu schwer ist? Das macht nichts. Aller Anfang ist leicht. Das gilt auch für Liegestütze. Wenn du also ganz neu einsteigst und dir die klassische Variante noch zu schwer ist, dann starte einfach mit dem Knee-Push-Up, also dem Liegestütz auf den Knien, mit abgelegten Knien. Das ist eine Möglichkeit. Hier ist auch ganz wichtig, dass du die Körperspannung hältst und aufbaust. Also Brustkorb, Arme sind während der gesamten Übung angespannt. Genauso die Rumpfmuskeln. Und wenn du zehn Wiederholungen in Folge schaffst, dann kannst du dir den klassischen Liegestütz vornehmen. Eine andere Möglichkeit ist, dass du auch mit dem klassischen Liegestütz startest, also mit durchgedrückten Knien und auf den Füßen. Du aber deinen Oberkörper erhöhst, also dich zum Beispiel auf eine Bank abstützt oder eine Tischplatte oder gegen die Wand. Auch da kannst du variieren. Sobald du jeweils an deine Grenze kommst und selbst wenn du bei einer Variante zum Beispiel nur ein paar Wiederholungen schaffst, weil die noch für dich zu anspruchsvoll ist, dann kannst du ja danach nahtlos zur leichteren Variante übergehen. Also zum Beispiel, du würdest jetzt vom klassischen Liegestütz nur drei Wiederholungen schaffen. Dann legst du einfach die Knie ab und machst so lange weiter, bis du nicht mehr kannst. Klar soweit? Dann lass uns mal zur zweiten Variante übergehen. Das ist der sogenannte Swiss-Ball-Push-Up. Hier brauchst du einen Gymnastikball. Also im Fitnessstudio gibt es die eigentlich überall. Diese großen Gymnastikbälle kann man sich auch für ein paar Euro für zu Hause zulegen. Diese Übung ist anspruchsvoller. Deine Hände befinden sich jetzt auf einem Swiss-Ball, auf so einem Gymnastikball. Übrigens kannst du natürlich auch jeden anderen Ball nehmen, zum Beispiel einen Medizinball oder einen Basketball oder einen Volleyball. Durch diesen engen Griff beim, nehmen wir mal den Medizinball als Beispiel, trainierst du noch stärker deinen Arm-Trizeps und die Übung mit dem Swiss-Ball ist ein bisschen leichter. Denn der Swiss-Ball ist nun mal größer, dein Oberkörper liegt höher und damit ist mehr Gewicht auf den Füßen. Also das ist so ein easy Swiss-Ball-Pusher. Durch den ein bisschen breiteren Griff am Swiss-Ball ist die Kraftverteilung mehr auf der Brustmuskulatur als bei der Ausführung bei so einem kleineren Ball, Medizinball zum Beispiel oder Volleyball. Ich habe dir übrigens für alle Varianten auch nochmal Videos in die Shownotes gepackt. Die findest du wie immer unter marathonfitness.de-podcast oder du klickst einfach in deiner Podcast-App auf den Link. Und wenn du von dieser Variante 10 Wiederholungen schaffst auf dem Medizinball, dann bist du bereit für die nächste, nächst schwerere Variante. Und die nennt sich auch Swiss-Ball-Push-Up oder Ball-Push-Up. Nur jetzt lagerst du nicht mehr deinen Oberkörper auf dem Ball, sondern die Füße. Ich sehe diese Variante recht selten, aber sie ist richtig cool. Mit der Übung kannst du nämlich schon wirklich für Aufsehen sorgen, aus dem Grund, weil man sie selten sieht und weil sie eben auch ein bisschen anspruchsvoller ist. Du positionierst also deine Füße auf dem Swiss-Ball und im ersten Schritt würde ich dir empfehlen, deinen Fußrücken auf dem Ball abzulegen. Etwas anspruchsvoller ist das Ganze, wenn du die Fußspitzen auf dem Swiss-Ball dann ablegst. Das Coole an der Übung ist, erstens, sie bringt ziemlich viel Spaß, wenn du sie beherrschst jedenfalls. Und zweitens trainiert sie eben auch deine Koordination und sie trainiert die Stabilität deines Körpers. Mit der Zeit merkst du, dass du ein gutes Gefühl für diesen Swiss-Ball bekommst, eine gute Stabilität im Körper und du wirst feststellen, dass dir das auch bei anderen Kraftübungen helfen wird. Denn durch die permanente Ausgleichsbewegung in der Balance ist dein gesamter Körper inklusive der tiefliegenden Muskelgruppen gefordert. Lass uns die verschiedenen Ballvarianten nochmal durchgehen. Nehmen wir den Medizinball oder einfach einen kleinen Ball, einen Volleyball, einen Fußball. Das ist die einfachste Variante hier. Auf dem Swiss-Ball sind deine Beine höher gelagert. Das heißt, du brauchst mehr Kraft zum Drücken. Dadurch ist die Variante anspruchsvoller. Und auch hier kannst du variieren. Du kannst zum Beispiel auch deine Knie auf den Ball ablegen und dadurch wird die Übung dann wieder leichter. Auch hier findest du Videos in den Shownotes. Ja, die Übung mit den Beinen auf dem Ball, die ist für dich kalter Kaffee. Irgendwann oder vielleicht auch jetzt schon. Dann bist du auf dem besten Weg zum Liegestütz-Ninja. Also weiter so. Und das bringt uns zur nächsten Variante für all diejenigen von uns, die bisher aus dem Gähnen noch nicht rausgekommen sind. Und jetzt brauchst du ein bisschen mehr Equipment. Du brauchst nämlich drei Bälle. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt hat dein Körper keinen direkten Kontakt mehr zum Boden. Stattdessen verwendest du Variante A, drei Medizinbälle, auf denen du die Liegestütze durchführst. Oder Variante 4, drei Swiss-Bälle, auf denen du die Liegestütze durchführst. Auch da habe ich dir Videos rausgesucht. Die Variante mit den drei Swiss-Balls ist auf jeden Fall die schwierigste. Schwierigste. Ich sage dir, die ist wirklich anspruchsvoll. Und falls du diese Übungen meisterst, bist du definitiv reif für die nächste Variante, den Einarm-Liegestütz. Kannst ja mal in die Runde fragen. Wie viele Menschen in deinem Bekanntenkreis können ein paar einarmige Liegestütze sagen das nicht nur, sondern können es dir auch vortouren? Wenn der chinesische Staatstirkus nicht zu deinem Netzwerk gehört, dann wird es wahrscheinlich dünn sein. Dann wird es wahrscheinlich nicht so vielen Leuten gelingen. Dabei ist diese Übung tatsächlich ganz gut machbar. Mit kontinuierlichem Training natürlich. Und das gilt auch für die Ladies unter uns. Auch Frauen können den Einarmigen-Liegestütz erlernen. Falls du also der Meinung sein solltest, der Einarm-Liegestütz wirklich nur Männersache ist, dann sage ich dir, nett, das könnt auch ihr Frauen erlernen. Es gibt eine schöne Möglichkeit, wie du dich da hinarbeiten kannst. Also für alle, die halt noch auf den Einarm-Liegestütz hinarbeiten, du kannst den anderen Arm noch zur Unterstützung nehmen. Und zwar, indem du in dem klassischen Liegestütz startest und den Arm, der nachher auf dem Rücken sein soll, beim Einarm-Liegestütz, den entfernst du einfach immer etwas weiter von deiner Schulter nach außen. Also du greifst breiter und verlagerst gleichzeitig immer mehr Gewicht auf den anderen Arm. Und das ist eine schöne Möglichkeit, wie du immer mehr Gewicht auf deinen einen Arm, der nachher den Einarm-Liegestütz durchführen kann, verlagern kannst. Du kannst das also stufenlos steuern über den anderen Arm. Und falls du jetzt noch kein Bild im Kopf hast, wie du dir das vorstellen kannst, geh einfach in die Shownotes, schau dir das Video an, du kannst auch deinen anderen Arm nachher noch ein bisschen erhöhen, so im letzten Schritt, zum Beispiel auf einen Stein raufpacken oder eine Erhöhung und dann irgendwann kannst du ihn auf den Rücken nehmen. So bin ich irgendwann mal zum einarmigen Liegestütz hingekommen und es ging dann schneller, als ich gedacht habe. So und spätestens diese Übung sollte dich in Atem halten, wenn du nicht gerade Profiturner bist. Der Einarm Liegestütz ist wirklich eine erstklassige Brustübung, auch wenn du keine Langhantel oder keine Gewichte da hast und das ist genau auch die Übung, mit der ich damals ein Vierteljahr trainiert habe und gleichzeitig nachher festgestellt habe, dass ich beim Bankdrücken dadurch noch stärker geworden bin. Ist also eine tolle Assistenzübung und es ist auch eine tolle primäre Übung für den Brust, für die Arme und eben auch für die Schultern und den Rumpf sowieso, denn du wirst feststellen, wenn du den Einarmliegestütz machst, trainierst du dadurch nicht nur deine Bauchmuskeln, wie bei jeder Liegestützt Trainingseinheit, sondern auch deine schrägen Bauchmuskeln, denn dadurch, dass du eine asymmetrische Körperhaltung hast, muss die gegenüberliegende Bauchmuskelseite eben stärker arbeiten, so kannst du schön deine schräge Bauchmuskulatur mit dieser Übung trainieren. Auch hier übrigens, wir können halt auch noch uns Varianten überlegen, die anderen Übungen noch hier mit reinbringen, du kannst natürlich auch beim Einarmliegestütz entweder deinen Oberkörper erhöhen, du kannst aber auch die Beine erhöhen, du könntest theoretisch sogar mit Bällen arbeiten. So, dabei möchte ich es erstmal belassen bei den Varianten. Es gibt auch ein paar Fehler, die du machen kannst beim Liegestütz, häufige Fehler, die passieren und falls du sie noch nicht gehört hast, hör einfach mal rein in Folge 284, da gehe ich die 5 häufigsten Liegestützfehler, die ich so beobachte, mit dir durch und wie du sie vermeidest. Das ist also nochmal ein schönes Korrektiv und am Ende dieser beiden Tutorials gehörst du bald zum inneren Circle der wenigen, bei denen die Technik so sauber aussieht wie im Lehrbuch beim Liegestütz. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Sobald du 10 einarmige Liegestütze ohne Armwechsel am Stück schaffst, melde dich bei mir, schreib einen Kommentar unter die Shownotes, die sind wie gesagt verlinkt. Hier ist noch ein Tipp für all diejenigen von uns, die ganz gern auch mal zu Hause trainieren, die vielleicht dreimal die Woche mit Workouts für zu Hause ohne irgendwelche Extras, du brauchst also weder Handeln, irgendwelches Trainingsequipment, du brauchst nur deinen Körper und du brauchst dreimal die Woche ein paar Minuten Zeit. Also für all diejenigen von uns, die solche Workouts gerne in ihre E-Mail-Inbox bekommen wollen, schön animiert mit liebevoll zusammengestellten GIFs, dann trag dich einfach ein auf dubist.fit einfach in den Browser eingeben dubist.fit und dann bekommst du 14 Tage lang drei Workouts pro Woche und das Ganze ist kostenlos. Zusammengestellt von mir und meinem kleinen Trainerteam, wir hängen uns da ziemlich rein und wir sind auch inzwischen schon eine coole Gemeinschaft von Leuten, die diese Workouts durchziehen. Das nur am Rande, Liegestütze findest du da natürlich auch. In diesen Workouts sind auch noch weitere Varianten vom Liegestütz drin und natürlich ganz viele andere abgefahrene Übungen, die jeder zu Hause trainieren kann. Damit bin ich für heute durch. Du hast heute kennengelernt ein 10 Minuten Workout Framework sozusagen, ein Rahmenwerk für Liegestütztraining, dass du dreimal die Woche mit 10 Minuten Zeiteinsatz trainieren kannst und so eben dein Liegestütz Game aufs nächste Level bringen kannst. Und wir sind fünf grundsätzliche Varianten des Liegestützes durchgegangen. Es gibt noch verschiedene andere. So, das war's für heute. Wir hören uns dann, wenn du möchtest, nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dann. Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast at marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne- Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Oh, cool, du bist ja noch dran. Ja, ich habe dir am Anfang die Geschichte erzählt von dem kleinen Jungen und dreimal darfst du raten, wer dieser kleine Junge war. Genau. Du liest richtig.